Mein Name ist Uwe Heise, ich bin Führungskraft im Außendienst der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Und mein Name ist Simon Padel, ich bin Außendienstmitarbeiter und Ausbilder im Team von Uwe Heise. Du kommst aus der Region Braunschweig und suchst für 2018 noch eine richtig geile Ausbildung? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau bei Schwäbisch Hall im Hause der PSD-Bank Braunschweig. Wir behaupten, die beste Bankausbildung in Deutschland anbieten zu können. Und was macht unsere Ausbildung so besonders? Ganz klar, du bist Teil eines jungen und dynamischen Teams und hast von Anfang an die Möglichkeit, deinen Arbeitsalltag selber zu organisieren und eigene Kundengespräche durchzuführen. Und nach deiner erfolgreichen IHK-Abschlussprüfung übernehmen wir dich als Bezirksleiter mit eigenem Gebiet und attraktiven Karrierechancen. Wenn das nichts ist, also postet uns, schreibt uns, melde dich! Ar我们 unserer Vorles dran. Wir sehen uns her prestigianos und kräftigen Tabak des Paralen. MN-Das die ganze Zeit machen. Ist nickel, gegangen ist bleu? Aber ist gutes und K During der Vorles hareglich ist,